Gartenarbeiten im September. Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Ich habe wieder einiges zusammengestellt für euch, ein paar Hinweise, was man so im September alles im Garten macht. Manches macht man zum letzten Mal in diesem Jahr, das andere, das wird fortlaufend gemacht. Ich erzähle euch einfach wieder ein bisschen, was habe wieder meine Liste ausgedruckt. Und ja, da fangen wir doch gleich mal an. Weil, ihr seht, es ist draußen jetzt heute wieder schön, da kann man wieder im Garten arbeiten, da bin ich richtig froh. Weil wir hatten ja dieses Jahr einen richtig verregneten Sommer. Gestern bin ich erst wieder mal rumgegangen und habe geschaut, ich habe zum Beispiel gestern von meinen Geranien alles für Blüte abgeschnitten. Ich habe, was der Regen so kaputt gemacht hat, die Blütenblätter, die schaut ja fürchterlich aus, das habe ich jetzt auch alles abgeschnitten. Und dann können nämlich wieder neue Knospen kommen, weil das treibt wieder an für die nächsten Blüten, wenn man das alte Verblüte wegmacht. Das wisst ihr ja selber noch, ne? Habe ich schon ein paar Mal drauf hingewiesen. Und das ist nicht nur bei Geranien so, sondern bei allem, was jetzt so im Sommer blüht. Was ihr so im Garten habt, was schön blüht, ja. Ob das Stauden sind oder einjährige Sommerblumen oder so, das ist egal. Also immer mal schauen und abschneiden und dann kommen wieder neue Knospen nachher, neue Blüten. Was ich auch noch geschaut habe, außer dem Verblüten, was ich auch jetzt nachher noch weitermache, das ist, was runterfällt, oft einmal Blätter und so, die fangen bei dem Wetter, bei dem Regen, was wir jetzt gehabt haben, fangen die oftmals zum Schimmeln an oder werden so faul. Ich lasse zwar ein bisschen was liegen für die Tiere, weil die mögen ja das zum Teil. Zum Beispiel meine Weinbergschnecken oder die, ach, wie heißen sie wieder, die Tigerschnegel. Die mögen das ja gern, dass man, wenn es ein wenig so, nicht verfault, aber so alte Blätter liegen, sehen, die fressen es unheimlich gern. Das habe ich schon beobachtet. Ist immer schön und das geht voll ruckzuck, weil wenn die anfangen zum Essen, so ein Salatblatt vielleicht, oder von den äußeren Blättern, was dann kaputt wird, ruckzuck ist das Blatt weg, ja. Aber das Innere lassen sie dann alles, weil die bevorzugen tatsächlich das, was schon am Absterben ist von den Blättern. Und deswegen lasse ich das also einen Teil davon liegen. Aber einen großen Teil tue ich weg, weil ich wehe ja nicht, dass durch den Schimmel und so, dass da Krankheiten entstehen. Und muss man absammeln. Und wenn dann zum Beispiel an Pflanzen, an Stauden, an Blumen, an Gemüsepflanzen, wenn da Blätter dran sind, die ja Krankheit haben, also das sieht man ja mit Flecken und so, das gibt es dann nicht in Kompost, gibt es lieber in die Mülltonnen, in die normale, weil nicht, dass sich das dann nächstes Jahr verbreitet. Man weiß ja nicht, lieber vorsichtig sein. So, was man jetzt noch machen kann, das sind Wintersteckzwiebelpflanzen oder Stecken. Die Wintersteckzwiebel, die bleiben ja den Winter über drinnen in der Erde. Und die wachsen dann meist erst im Frühjahr so richtig. Die fangen zwar jetzt an zum Wachsen, die Wurzeln an und dann wird das Grüne, kommt schon ein bisschen raus und dann hören die ein wenig auf zum Wachsen im Winter über. Es ist gut, wenn man ein paar Zweichle drüber gibt oder so reißig. Aber sonst braucht man da nichts machen. Und im Frühjahr dann, sobald es ein bisschen warm wird, nicht im Frühjahr, im Winter schon, wenn es warm wird, Februar, da fangen die an zu wachsen. Und im April, Mai kann man da schon die ersten Wintersteckzwiebeln, äh, Winterzwiebeln kann man sagen, kann man ernten. Und die sind immer recht gut. Ich habe jetzt heuer Kanne, oder ich tue jetzt heuer Kanne rein und auch letztes Jahr habe ich keine mehr rein. Aber vielleicht mache ich das nächstes Jahr wieder. Was man jetzt verpflanzen kann, das ist auch Knoblauch, dann Rhabarber. Pflanzt man jetzt um die Zeit, September, da wächst er nämlich am besten an, das machen am liebsten der Rhabarber, um im Herbst gepflanzt zu werden. Wer einen großen Rhabarber hat und will den einmal teilen, jetzt ist die beste Gelegenheit dazu, September, da müsst ihr das machen. Aber ihr wisst ja, der Rhabarber, der hat ja Wurzeln, also wenn, dann muss man das mit einem Spaten abstechen. Vielleicht ist das besser, wenn das einem Mann macht, ne? Weil es ist ja oft so, also mir ist das schon mal passiert, dass mir der Spaten abgerutscht ist an so einer Wurzel. Das war jetzt nicht Rhabarber, das war was anderes. Aber der ist abgerutscht und ich habe mich dann so verletzt, dass ich die Hand zigzig Wochen in Gips hatte und musste dann doch operiert werden. Also dann seid ein bisschen vorsichtig, lieber ein bisschen abwarten, bis der Mann Zeit hat, ne? Ja, ich spreche aus Erfahrung. Kräuter, mehrjährliche Kräuter kann man jetzt auch schön pflanzen. Meistens hat man ja diese Einjährigen drin oder oft, aber auch Mehrjährige. Wie ich habe jetzt zum Beispiel Oregano drin, den habe ich schon drei Jahre drin und der wächst, den lasse ich auch stehen, der treibt immer wieder. Dann habe ich noch einen Majoran drin, der auch immer wieder treibt. Thymian, der kommt jedes Jahr. Ja, und es gibt Rosmarin, ja, Rosmarin, Winter hat er. Das kann man jetzt alles pflanzen, ne? Bis Ende des Monats kann man schön Radieschen, Eiszapfen säen und die werden noch wunderbar. Also da werde ich auch wahrscheinlich heute oder morgen mal säen, weil ich möchte dann schon dieses Jahr noch ein bisschen was ernten von dem Zeug. Was ich jetzt auch, da muss ich mal Peterwurst vorbereiten. Ich habe noch zwei Reihen Kartoffeln drin, die ich jetzt auch noch ernten werde, sobald die Erde ein wenig abgetrocknet ist. Und da tue ich rein oder säe ich jetzt rein Feldsalat und Spinat. Ich habe da noch Samen da und das werde ich jetzt heuer alles einmal versäen. Und nächstes Jahr kaufe ich mir nämlich dann nochmal wieder einen frischen Knollensellerie. Wer da einen drin hat, der braucht jetzt, wo das Wetter wieder schön wird, der braucht viel Wasser. Also den immer reichlich mit Wasser versorgen. Der wächst dann noch schön. Blätter, die kann man noch trocknen. Wisst ihr ja, kann man gut im Winter dann nehmen, die Stiele in Braten mit rein oder in die Suppe. Und dann, wenn die Suppe fertig ist, dann rausfischen. Und dann ist der Geschmack drin. Also das ist was Wunderbares, da braucht man nichts wegwerfen. Und wer ein Porre drin hat, ich habe jetzt dieses Jahr einmal keinen rein. Und wer den drin hat, den häufelt man immer noch ein bisschen an. Weil durch das Angehäufelte ist dann der Schaft ja unter der Erde. Und da ist er schön weiß, der Porre. Und alles, was im Freien ist oder am Licht ist, das wird ja dann grün. Und das kann man halt nicht mehr so schön verwenden. Man verwendet es schon noch, klar. Aber nicht so, wie jetzt das weiße. Das ist ja eigentlich das Beste mit. Bei den Tomatenpflanzen ist es ja jetzt so, dass das alles, was jetzt noch blüht oder Gnospen sind, das muss man alles wegtun. Ja, nicht protestieren, nicht protestieren. Ja, es ist tatsächlich so, weil was jetzt dann noch blüht, das wird nichts mehr. Die reifen nicht mehr. Und zum Teil wachsen sie auch nicht mehr recht. Dann bleiben sie ja recht klein. Ich meine, ihr könnt es probieren. Aber die allerobersten, die würde ich wegtun. Das mache ich immer. Und dann haben die unteren die reifen und wachsen dann umso besser. Dann waren das noch schöne, kräftige Tomaten. Und auch die Spitze habe ich gekappt. Die mache ich immer so Mitte August. Weil das, wie gesagt, was danach kommt, das ist nicht mehr so. Das wirkt auch nicht mehr so oder kommt gar nichts mehr. Weil einfach die Zeit vorbei ist. Und auch mit den Geiztrieben ist es so. Die brecht aus. Das bringt nichts mehr. Wer Erdbeerpflanzen drin hat, also bei Ein- und Zweijährigen habe ich ja jetzt drinnen. Wenn da immer noch zu Triebe rauskommen, die kommen alle weg, weil die schaden der Mutterpflanze. Und die soll ja kräftig werden bis nächstes Jahr. Weil da mit Blüten kommen und dann die Erdbeeren. Also die sollte man wegtun. Und auch immer die äußeren, großen Blätter immer wegschneiden. Weil die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und dann natürlich auch nochmal düngen. Weil die brauchen Nahrung, dass sie ansetzen können für die neuen Blüten. Mit dem Obst ist das so. Was jetzt erntereif ist alles. Das ist so, was an den Bäumen ist. Es werden erntereif die Äpfel, die Birnen, die Zwetschgen und Pflaumen. Das wird alles erntereif. Himbeeren, das ist ja sowieso laufend. Also ich habe nicht viel Himbeeren drin. Immer nur so zum Runternaschen. Und das geht schon den ganzen Sommer durch. Ich habe gelbe Himbeeren und rote. Und die gelben, die sind schon abgeerntet. Da kommt nichts mehr. Aber die roten, die blühen immer noch. Und immer wieder, jeden zweiten Tag zupfen wir runter und naschen da davon. Das ist immer schön. Und mehr brauchen wir nicht von den Himbeeren. Von den Kräutern. Wer noch einen Wintervorrat einfrieren will oder trocknen will, der sollte das jetzt auch machen. Weil je später das jetzt wird mit den Kräutern, desto weniger Aroma haben die dann. Das Beste ist sowieso bei den Kräutern, dass man das im Frühjahr macht. Dass man die im Frühjahr erntet und trocknet und einfriert. Das ist eben am besten, weil da das Aroma am besten ist. Aber jetzt geht es noch genauso. Und mach das jetzt noch, weil wenn es noch kälter wird, dann ist das Aroma weg. Oder nicht mehr so stark. Wer noch Speisezwiebeln im Garten hat und die wachsen noch, ist das Grün noch senkrecht nach oben, der sollte jetzt vielleicht das Laub umknicken und dann liegen lassen, dass die abtrocknen. Dass sie das eintrocknen, das Grüne. Und so hat man es früher auch immer gemacht. Oder da, wo die Zwiebeln angebaut wurden, da sehe ich das jedes Mal, wenn ich dort durchfahre. Das wird umgeknickt und dann bleibt es noch liegen. Und wenn die dann braun werden, dann kommen die raus. Und dann kann man sie schön aufhängen. Kann man so zusammenbinden. Man kann es auch als Zopf machen. Und so flechten. Schaut immer schön aus. Das habe ich früher immer gemacht. Und dann muss man sie natürlich richtig schön abtrocknen lassen, wenn man sie lagern will. Weil wenn sie nicht richtig trocken sind, dann können die auch im Winter zum Foulen anfangen. Hochsaison zum Ernten. Ist natürlich noch Kohlrabis, die Tomaten, Gurken. Wobei ich sagen muss, ich habe Tomaten fast alle weg, weil da sind die meisten dieses Jahr kaputt worden. Die Gurken, wer noch welche drin hat, da gibt es auch noch viele dran. Paprika, der kommt jetzt sehr schön. Also der fängt jetzt an zu reifen bei mir. Und da hängen richtig große, schöne grüne Paprika dran. Und manche werden schon ganz leicht rot. Die lasse ich so lange dranhängen, bis sie rot sind. Und dann schmeckt der richtig gut. Dann die roten Beete. Die kann man schon ernten, ja. Aber ich lasse die immer noch stehen, weil das ist für mich ein Winter- oder Herbstgemüse. Und ich brauche die jetzt nicht. Jetzt habe ich ja anderes frisches Zeug. Und da bleiben die noch stehen, aber wer will, kann sie schon ernten. Karotten haben wir ja auch schon geerntet. Die Frühkarotten, jetzt kommen dann die Spätkarotten. Dann die Bohnen. Ja, Bohnen werde ich heute auch noch welche ernten. Und das ist eigentlich heuer, die Bohnen sind gut gewachsen, muss ich sagen. Da habe ich ganz schön abgeerntet. Dann Zucchinis, die wachsen ja laufend. Und verschiedene Salate sowieso. Egal, welchen Salat ihr drin habt, kann man ja immer laufend ernten. Das ist eben das Frische. Deswegen lasse ich meine roten Beete noch im Beet stehen. Ja, da sind sie am besten aufkommen jetzt. Und ja, Rettiche, Radieschen und was natürlich noch schön ist im Garten, der Kürbis. Also ich habe drei Kürbisse drin. Ihr könnt übrigens meine Videos alle anschauen. Da sind von vielem, was ich erzähle, gibt es eigene Videos drüber. Müsst ihr mal unten in der Videobeschreibung nachschauen. Da sind dann die Links. So, ah ja, die Kürbisse, die lasse ich auch noch dran. Warum? Das habe ich auch in einem Video erklärt. Das müsst ihr mal anhorchen. Weil viele fragen mich dann, wann ist denn der eigentlich erntereif? Und dann ernten die dann schon und der ist noch gar nicht reif. Habe ich jetzt schon mitgekriegt. Und deswegen schaut euch mal das Video an. Von den Blumen. Die Blumen, Zwiebeln, alles was Zwiebeln ist. Also Tulpen, Narzissen, die Osterglocken, Anemonen, Schneeglöckchen. Es sind ja alles, das sind alles Zwiebel, Jahrzehnten. Die Kaiserkronen, die müssen also unbedingt jetzt rein. Und, also ich rede jetzt von den Kaiserkronen, die müssen unbedingt noch rein. Und die anderen, alles, was so Zwiebelblumen sind, das wird jetzt auch im September gepflanzt. Ja, weil dann wurzeln die noch an und dann sind die widerstandsfähig. Also denen macht ja der Frost auch nichts auf. Aber es soll es mal einen sehr, sehr kalten oder nassen Winter geben. Es ist immer gut, wenn die Pflanzen schon Wurzeln haben oder die Zwiebeln und sind schon angewachsen. Von den Herbstblumen, da gibt es ja jetzt einige, was wir draußen haben. Angefangen von den Dahlien und den Chrysanthemen, von den Herbstastern und so. Alles, was so leicht umkippen kann, bitte immer anbinden. Steckt einfach einen Stab oder was in die Erde und bindet es da an. Es ist schade, wenn die umkippen und es bricht was ab. Also das finde ich immer schade. Man tut es zwar dann in die Vase, nach innen rein, die Blumen, aber draußen ist doch viel schöner, wenn man das sieht. Ich tue selten Blumen oder fast nie Blumen vom Garten rein, weil es mir zu schade. Draußen halten sie auch viel länger. Und wenn ich rausschaue und ich sehe das und gerade jetzt, wo es schönes Wetter ist, die nächsten Tage, das wäre doch wunderbar. Also das ist dann immer ein Ausblick. Da könnte ich mich hersetzen und bloß drausschauen und meine Blumen begutachten. Also ich finde es immer schön. Und wenn man hingeht, dann sieht man die Bienen und Hummeln, wie fleißig die sind und die freuen sich darüber. Ich finde, das sieht man immer richtig. Von den Fräsien und Gladiolen, da schneidet man jetzt die Stiele dann ein bisschen ab. Und ich nehme mir schon die Zwiebeln raus. Manchmal mache ich es ja so, dass ich die in der Erde abtrocknen lasse und dann wieder mache ich es auch so, dass ich sie grün rausnehme und lege es außen irgendwo hin im Schatten und lasse die dann da abtrocknen. Es kommt immer darauf an, wie das Wetter die nächste Zeit wird. Und jetzt soll es ja schön sein, zumindest die nächsten fünf, sechs Tage. Jetzt lasse ich es einmal noch drin und schaue mal, wie weit sie schon abtrocknen, weil das ist immer besser, wenn die Kraft dann nach den Zwiebeln noch geht. Ja, aber die Stiele, die Blütenstiele, die Verblüten, die schneide ich raus. Die Blätter lasse ich dran. Die Geranien und Fuchsien, da kann man ja jetzt Ablechen so schön machen davon. Also ich habe schon angefangen, ich habe schon ein paar gemacht, weil ich habe, also Geranienstücke, zwei Stück will ich jetzt dieses Jahr wahrscheinlich weg tun. Jetzt habe ich halt was da, Entschuldigung, die will ich wahrscheinlich weg tun. Die sind immer zu groß und der eine davon, der hat so kleine gefüllte Blüten und die sind nacheinander, sind da lauter kleine Blüten dran. Das schaut aus, wenn man die anschaut, wie Rosen. Also ich habe einmal ein Foto gemacht, das schaut aus wie ein Rosenstrauß, wenn man da nicht sieht, dass unten nur ein Stiel ist, schaut wunderbar aus. Aber je größer der wird, habe ich gemerkt, desto weniger Blüten kriegt der. Und dann habe ich letztes Jahr schon ein Ablecher davon gemacht und die Geranien, die ist auch schon wieder ein ganzes Stück groß, die blüht kräftig. Also ist das für mich ein Beweis, je älter die Geranien, speziell jetzt die Geranien, je älter die wird, desto weniger Blüten kriegt sie. Und deswegen mache ich da jetzt auch noch ein paar Ablecher. Und auch von den anderen. Und ebenso von Fuchsien kann man das jetzt so schön machen. Und was man so hat, ich ja, fleißiges Lieschen, habe ich ja auch jetzt angefangen, einmal Ablecher zu machen. Bis jetzt ist noch keine Wurzel dran, aber es schaut aus, als wenn schon was kommen würde. Und wenn es soweit ist, dann mache ich nochmal ein Video, dass ihr das seht. Weil die kann man nämlich auch selber vermehren, man kann es auch sehen, das ist klar. Im September und Oktober, ja, da mäht man ja immer noch in Rasen. Ich muss meinen übrigens auch mähen, habe ich gesehen, aber der ist noch patschnass. Nachts ist es halt doch immer jetzt sehr nass. Die Luftfeuchtigkeit ist so hoch und kann ihn jetzt nicht mähen. Aber wenn ich ihn mähe, nicht mehr so kurz machen. Also, er soll halt schon, ich weiß nicht, wie viele Zentimeter sind immer eingestellt. Ich glaube, fünf oder drei. Also nicht zu kurz machen. Und man kann dann auch noch einmal düngen, wenn man will. Ich habe jetzt im August schon einmal gedüngt. Da hat es nämlich kräftig geregnet. Da habe ich da mal einen Rasendünger draufgekaut. Und mache das jetzt dann dieses Jahr nicht mehr. Wer verblühte ältere Stauden hat, also was ist ein Flock zum Beispiel, der verblühtet so langsam. Und wer den verkleinern will, da ist jetzt dann auch die beste Gelegenheit im September. Dass man die teilt und verjüngt. Und so ist es auch mit anderen Stauden. Es gibt ja noch mehr, was schon verblüht hat. Und da kann man das machen. Aber wie die fette Henne, das mache ich nächstes Jahr im Frühjahr erst. Weil wenn die verblüht ist, die fette Henne, lasse ich dann die Blüten dran für die Vögel wieder. Denen fällt das auch wieder, wenn sie da noch ein bisschen Samen rauspicken können. Von den Blüten. Und ja, habe ich glaube ich schon gesagt, von den Blumen alles verwelkte und verblühte abschneiden. Es fault ja auch sonst dran. Und außerdem regt es die neuen Blüten an. Und an den Obstbäumen, ja die Obstbäume, da haben wir auch extra Video, was man jetzt dann schneidet. November reicht es locker. Welche Bäume schneidet man im Herbst und welche schneidet man im Frühjahr? Da gibt es ein Video drüber, schaut es einmal an. Wer leere Beete hat, der kann auf die leeren Beete eine Gründüngung aufsehen. Wenn die dann aufgegangen ist und ist ein Stück gewachsen, kann man die nämlich schön wieder einstechen. Und das ist dann eine Düngung für die Erde. Das geht wunderbar. Vielleicht mache ich da auch heuer Beete. Ich mache das eigentlich jedes Jahr. Aber das ist mir jetzt ganz aus dem Kopf gekommen. Deswegen sage ich euch das alles immer wieder. Das wiederholt sich zwar jedes Jahr. Aber man denkt oft dann einmal nicht dran. Und das werde ich auch wieder machen. Wenigstens ein Bild, wo jetzt noch keine Gründigung drin war. Und das steche ich dann ein. Das reicht ja im November, wenn man das einsticht. Oder im Dezember, wenn schönes Wetter ist und man kann noch umstechen. Natürlich nicht so tief. Das macht man immer so, wie sie es früher immer gemacht haben. Eine ganze Spadentiefe haben die immer umgestochen. Ich mache immer so eine halbe Spadentiefe und das reicht. Weil das ist dann ein lockerer Boden und da kommen auch die Wurzeln schön rein. Und was man jetzt dann noch sehen kann, das ist Radieschen, habe ich schon gesagt, und die Eiszapfen. Und Felsalat und Winterspinat. Das werde ich auch machen. Ich habe da noch einen Samen da. Und den werde ich dann die nächsten Tage im Versehen versehen. Und da freue ich mich schon drauf. Sollte es dann im November, Dezember wirklich richtig, richtig kalt werden, dass richtig starker Bodenfrost kommt, dann werfe ich halt einfach ein Vlies drüber und dann hat sich die Sache, vielleicht ein paar Holzstäbler rein, dass das Vlies nicht direkt drauf liegt. Und dann ist das wenigstens ein wenig geschützt vor dem Frost und dann kann ich dann irgendwann einmal ernten. Und mein Zuckerhutsalat, der wächst auch schön. Den muss man natürlich auch jetzt immer gießen. Ja, und mit Ernten noch, was ich noch sagen wollte, weil das mache ich jetzt heute. Ich habe ein bisschen Brokkoli drin, den werde ich jetzt heute ernten. Dann der Rosenkohl, der wächst erst noch. Und was habe ich noch? Den Wössing habe ich auch drin, nur der ist mir jetzt heuer nicht gut gewachsen. Dieses Jahr ist halt alles ein bisschen anders. Aber man muss das immer wieder gießen, auch Zucchini und so und die Blumen natürlich, wenn es nicht regnet. Also im Moment ist die Erde noch nass, habe ich gemerkt, nur oberflächlich ist es trocken von der Sonne. Aber da, wo also Blumen sind, die noch flache Wurzeln haben, da gießt man halt einmal mit der Gießkanne ein bisschen, aber nicht so viel. Die brauchen nicht mehr so viel. Und die Erde trocknet nicht mehr so aus. Aber natürlich, wenn es jetzt die nächsten Tage so schön werden soll, ich freue mich schon drauf. Dann bin ich die ganze Zeit im Garten. Arbeit findet man immer, und das macht ja Spaß im Garten. Wenn ihr noch Tipps habt, was man noch machen könnte, oder was ihr überhaupt im Garten noch macht, dann könnt ihr das in den Kommentaren schreiben. Ich wüsste jetzt eigentlich für den September nichts. Ich hoffe, dass das ein schöner September wird und auch ein schöner Oktober. Weil wir schon keinen schönen Sommer gehabt haben. Und dann wollen wir das auch noch ein bisschen ausnutzen, dass wir noch im Garten sind. Können wir grillen und ein bisschen Sonne in der Sonne sitzen und Kaffee trinken. Ja, ich trinke ja viel Kaffee, das wisst ihr ja. Und ja, ich freue mich drauf auf die nächsten Tage und hoffe, das ist bei euch genauso schön, das Wetter. Ich wünsche es euch, wenn euch das Video gefallen hat, meine Tipps hilfreich waren für euch, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke fürs nächste Video. Wer meinen Kanal unterstützen will, kann immer im Shop vorbeischauen. Und bis morgen. Tschüss, eure Gartenmoni. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.